ein Game Changers in der Haus-Elektronik und deren Design und deren Architektur. Kommen wir nun zum Unboxing des Shelly Wall Display. Die ersten Impressionen, wie das Ganze hier aussieht. Da drücken wir unten rechts auf das Plus. Aber es gäbe nicht dieses Video, wenn ich dafür nicht auch ein Workaround für euch parat hätte. Dann könnt ihr hier oben einfach drauf drücken und seht dann. Kann dann sagen, okay, was möchte ich hier hinzufügen und kann dann alles Mögliche hier zuweisen. Im Home Assistant angekommen, erwartet uns in der Regel eine Benachrichtigung. Speichern und dann haben wir das auch hier. Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Star unserer heutigen Folge ist der hier, das Shelly Wall Display. Und Leute, bitte hört euch auf jeden Fall das Fazit an. Denn dieses Teil hier ist ein absoluter Game Changer, was zukünftige Haus-Elektronik-Architektur angeht und alles drum und dran. Das wäre jetzt hier für das Intro too much. Aber hört euch das Fazit an, dann werdet ihr das verstehen, warum dieses Teil eigentlich die komplette Haus-Design-Elektronik verändern wird. Also, ich sehe euch im Fazit. Kommen wir nun, was euch in diesem Video erwartet. Also das Shelly Wall Display kann Shelly Geräte schalten und mit Shelly Geräten Automatisierung machen und Szenen schalten und so weiter gruppieren. So weit, so gut. So weit nichts Besonderes. Das Teil hat einen Lux-Sensor, also für Helligkeit, einen Feuchtesensor und einen Temperatursensor. Also es kann auch als Thermostat dienen und kann euch helfen, mit diesen Sensoren auch Automatisierung zu fahren. In diesem Video werden wir das Ganze anwachsen. Ihr kennt es ja. Dann werden wir das Ganze installieren. Dann nehmen wir das in Betrieb, schauen uns in der Shelly App an, richten uns in der Shelly App ein, schauen uns dort die Einstellungen an. Dann bauen wir in der Shelly App auch eine Automatisierung, damit ihr damit ein Gefühl dafür bekommt, wie das gut funktioniert. Dann schauen wir das Ganze auch in Home Assistant an und gucken, welche Möglichkeit haben wir denn in Home Assistant. Und ich denke, das ist wirklich genug Content für heute. Und nochmal, verpasst auf jeden Fall nicht das Fazit. Ich habe euch auch Kapitelmarken eingerichtet, dann könnt ihr auch schnell zum Fazit springen, wie ihr das gerne hättet. Wenn ihr solchen Content, solche Updates, solche Geräte nicht verpassen wollt, dann ihr wisst, was zu tun ist. Abonniert den Kanal. Ansonsten, bevor ich zu viel spreche, filmen ab. Kommen wir nun zum Unboxing des Shelly Wall Display. Und auf der Vorderseite sehen wir hier ein Bild, wie das Display aussieht. Smart Home Control Panel, Wi-Fi, Bluetooth und die Shelly Cloud. Hier haben wir die gleiche Information. Hier haben wir ein paar technische Highlights. Spannend, Power Consumption unter 2 Watt, merkt euch das. Und auch, wie viel er schalten kann, kommen wir gleich dazu. Und weitere technische Details. Auf dieser Seite dann nochmal ein paar Manufacturer Specifics, die uns jetzt nicht so wichtig sind, aber ein CE-Zeichen hat es auch. Und hier der Hinweis, wo man die Shelly Apps runterladen kann, je nachdem, was für ein Betriebssystem ihr nutzt auf eurem Smartphone. Und auf der Rückseite haben wir dann noch Recycle-Hinweise. Und das war's. Dann würde ich sagen, packen wir das Ganze jetzt mal aus. Nach dem Auspacken haben wir hauptsächlich 4 Sachen. Einmal so ein Beipackzettel für die Shelly Facebook Support Gruppe. Wenn ihr Hilfe braucht, kommt da vorbei. Gibt aber auch eine Webseite, wo ihr auch Unterstützung bekommen könnt. Dann haben wir einmal die Gebrauchsanweisung. Schauen wir uns gleich an. Und dann haben wir einmal das vordere Teil des Displays. Ihr seht, sehr schmal und fühlt sich sehr wertig an. Ist etwas schwer. Und einmal das hintere Teil des Displays, wo dann auch hier die Anschlüsse kommen. Und da seht ihr auch schon S, W, O, N und L. Jetzt legen wir das mal zur Seite und schauen uns hier die Gebrauchsanweisung an. Und dann natürlich habe ich euch wieder wichtige Sachen markiert. Bei der Anleitung sind ein paar Sachen, die ich spannend finde, was Shelly uns als Information hier mitgibt. Und zwar zum einen, Shelly Geräte können eigenständig in einem lokalen WLAN-Netzwerk arbeiten. Oder sie können auch über Cloud-Dienste für Hausautomatisierung betrieben werden. Da fragen sich nämlich mal einige, hey, kann ich das auch ohne die Cloud nutzen? Ja, könnt ihr. Und auch spannend, wo wir es hier über die eigene Nutzung haben, die Entscheidung, die Firmware-Update des Geräts zu installieren oder nicht, obliegt alleinigen Verantwortung des Benutzers. Also ihr müsst nicht jedes Update installieren. Wenn ihr mit einem gewissen Stand zufrieden seid, dann könnt ihr es einfach dabei belassen. Spannend ist auch, dass hier die Shelly Smart Control App, also die Shelly App mit dem blauen Hintergrund erwähnt wird. Weil es gibt ja derzeit zwei Stück, die noch im Umlauf sind. Auch die Shelly App mit dem schwarzen Hintergrund. Und auch ein toller Passus hier. Die Shelly App und der Shelly Cloud Service sind keine Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts. Dieses Gerät kann eigenständig oder mit verschiedenen anderen Hausautomatisierungsplattformen und Protokollen verwendet werden. Ich denke, das ist nochmal sehr spannend für alle, die das so richtig autark betreiben möchten. Oder zum Beispiel auch mit Home Assistant, da ist auch der Hinweis darauf, dass das möglich ist. Und wenn wir zu den Spezifikationen kommen, da haben wir einmal 85 auf 85 auf 30 mm natürlich. Auch spannend, der elektrische Verbrauch wird hier unter 1 Watt angegeben. Auf der Verpackung eben unter 2 Watt. Gut, sei es drum. Maximale Schaltstrom 5 Ampere. Das Teil hat hier auch einen Schaltkontakt. Es kann keine Leistung messen, nur zur Info, aber Shellys, die eine Leistung messen können, können die Info dann hier zudem durchgeben. Schauen wir uns das später mal an. WLAN-Protokoll ist BGN, nur für euch zur Info, also nicht AX oder so. Und Bluetooth-Protokoll ist 4.2. Und hier noch ein Hinweis, MQTT ja, Scripting nein. Ist ja auch für den einen oder anderen spannend zu wissen, ob der damit auch Skripte machen kann, was ja bei Plus- und Pro-Geräten möglich ist. Dann haben wir im unteren Bereich die Betriebsanleitung, so eine Installationsanleitung und die sieht dann wie folgt aus, dass man das dann so verdrahten kann. Hier dann noch, was die einzelnen Schaltklemmen bedeuten und wie das dann das Ganze zu montieren ist. Und das machen wir jetzt und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe das Gerät jetzt anhand meines Heizkreislaufs verdrahtet. Das heißt, da bringt es auch nichts, wenn ich euch zeige, wie man das verdrahtet, weil es von jedem Heizkreislauf unterschiedlich ist. Deshalb habe ich das jetzt ausgespart. Wir können sehen, diese kleine rote LED leuchtet, das heißt, es gibt hier Strom. Und ganz wichtig ist auch, hier steht ab, das heißt, das muss so nach oben schauen und dann habt ihr das korrekt montiert. Jetzt kann ich hier das Shelly Wall Display draufklatschen. Nachdem ihr das eingesetzt habt, fährt das Shelly Wall Display hoch. Und ein Hinweis, hier unten ist so ein kleines Loch, da könnt ihr diese kleine Schraube reinsetzen, damit das Wall Display quasi gesichert ist und abgeschlossen ist. Das heißt, vergiss das nicht. Dort könnt ihr es noch einmal sehen, es ist leider mit so einem Schraubenzieher sehr schwer reinzudrehen. Das heißt, ihr braucht wirklich sehr, sehr kleinen Schraubenzieher, um das jetzt da reinzudrehen. Zunächst einmal nehmen wir gemeinsam mal hier die Folie ab. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Und ihr habt eben die Meldung gesehen, dass kein Account aufgesetzt war. Das heißt, das muss man hier auch vornehmen. Nur für euch jetzt hier die ersten Impressionen, wie das Ganze hier aussieht. Ihr habt hier eine Strommessanzeige von den Verbrauchern, die hier hinterlegt sind. Dann habt ihr hier die relative Luftfeuchtigkeit. Ihr habt die Raumtemperatur, dann hier die Bezeichnung des Wall Displays. Hier nochmal die Werte von eben in klein und hier der Schaltknopf. Ich kann dann hier nochmal zwei weitere Knöpfe belegen. Hier haben wir eine Uhrzeit. Hier unten haben wir auch so eine Anzeige, wie viele Blätter hier sind. In den Device Settings kann ich hier verschiedene Einstellungen vornehmen, wie die Helligkeit, aber auch ob ich Fahrenheit oder nicht, 24 Stunden Format und so weiter. Ich kann die Sprache verändern. Das machen wir mal gleich. Nehmen wir Deutsch, drücken auf Erledigt und ihr seht, so einfach ist das zu bedienen. Fährt hier nochmal hoch und dort haben wir auch das Ganze. Und hier kommt nochmal die Anzeige, wunderbar, dass kein Account hinterlegt ist, also ein Shelly-Account. Fügen Sie bitte über Bluetooth-Einbindung der Shelly Smart Controller App zu ihrem Konten hinzu. So, das kennen wir. Das machen wir gleich zusammen. Wir schauen uns aber noch das Ganze mal an. Als nächstes haben wir hier die Eingabe-Ausgabe-Einstellung. Das kennt ihr vielleicht von anderen Shelly-Produkten, wenn mal ein Stromausfall ist und Strom kommt wieder zurück, wie dann der Schalter, der hier ist, sich verhalten soll, ob er ausbleiben soll, ob er anbleiben soll oder den letzten Zustand wieder einnehmen sollen. Bei Netzwerkeinstellungen können wir hier WLAN aktivieren, deaktivieren. Wir können hier Netzwerknamen eingeben. Wenn wir da drauf drücken, dann sehen wir, scannt er hier mein Netzwerk. Dann kann ich jetzt meins hier nehmen, kann hier mein Passwort eingeben und dann ist es da drin. Aber wir machen das ja gleich über die Shelly App, deshalb lasse ich das. Dann haben wir hier noch Bluetooth, dann Bluetooth Gateway. Bluetooth Gateway ist deshalb spannend, das sollte man aktivieren, wenn man die Shelly Blue Geräte benutzen möchte. Ich zeige euch mal zwei Stück, zum Beispiel Shelly Door Window oder auch das Shelly Blue Motion. Dieses BLE Gateway, das hilft dann den Geräten, sich über dieses Gerät mit der Shelly App zu verbinden, sodass ihr das dann die ganze Zeit schalten und bedienen könnt. Und hier können wir Cloud aktivieren, deaktivieren. Sehen wir auch gleich alles in der Shelly App. Ich möchte, dass ihr seht, was hier auf dem Display alles möglich ist. Dann kommen wir hier zu den Geräteinformationen. Das kennt ihr ja, habt ihr die Geräte-ID, die Firmware-Datum und so weiter. Ihr könnt dann auch hier nochmal neu starten und auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Aber das geht auch alles über die Shelly App. Und jetzt habt ihr auch alles kennengelernt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Shelly App und fügen das Teil mal dort hinzu. Nachdem euer Shelly Wall Display eine Stromversorgung hergestellt hat, geht gerne in die Niedes Wall Displays und öffnet dann die Shelly mit dem blauen Hintergrund, auch Shelly Smart Control genannt. Dort kommen wir standardmäßig hier beim Dashboard an. Da drücken wir unten rechts auf das Plus und drücken dann auf Fügen ein neues Gerät hinzu. Wir fügen es über Bluetooth hinzu, weil ich finde, das geht immer einfacher als über den WLAN-AP-Scan. Dann drücken wir auf Weiter. Jetzt erkennt er hier mehrere Geräte bei mir. Und unten links können wir das Shelly Wall Display sehen. Und das haken wir an und drücken dann auf Weiter. Jetzt steht dort, dass das Gerät mit meinem WLAN eine Verbindung herstellen möchte, was okay ist. Und ich kann mit dem Häkchen hier Bluetooth deaktivieren oder aktivieren, das ist euch überlassen. Dann drücke ich auf Gerät hinzufügen. Fürs Protokoll, ich habe ein Full Reboot vom Shelly Wall Display gemacht. Und danach hier die Einbindung weitergefahren. Und so wie es aussieht, hat das jetzt funktioniert. Sollte das bei euch auch initial wie bei mir nicht über Bluetooth funktionieren, einfach ein Full Reboot machen auf dem Display selbst. Ihr habt es eben gesehen, wo man das machen kann. Und versucht dann gerade nochmal. Jetzt gebe ich dem einfach einen Namen. Dann könnte ich hier ein Bild nehmen. Könnte auch selber eigenes Bild hochladen, aber ich lasse das Standardbild. Drücke dann auf Weiter. Jetzt in welchem Raum ich das verfrachten möchte. Ich nehme das Büro und drücke dann auf Speichern. Jetzt wird das Ganze hier hinzugefügt. Und nur zur Info. Auf dem Display erscheint jetzt so ein Code. Und diesen Code gebe ich jetzt hier ein. Und drücke dann auf Speichern. Ihr Shelly Wall Display ist entsperrt. Und ihr könnt auch parallel auf dem Shelly Wall Display sehen, dass er dort jetzt auch hochfährt. Und lädt dann dort jetzt die Sachen rein. Der hat auch den Namen hier direkt geändert. Und auch hier das Icon angepasst. Wunderbar. So, kommen wir jetzt zur Shelly App, bevor wir wieder mit dem Gerät hier weitermachen. Wir können jetzt hier sehen, der hat ja auch einen Helligkeitssensor. Und er sagt, es ist derzeit hell. Und wir können auch die Temperatur und die Feuchtigkeit sehen. Wunderbar. Und wir können auch über den Knopf das schalten oder nicht schalten. Und wir sehen auch schon, neben der Wolke, diese zwei Pfeile im Kreis, dass dort auch ein Update verfügbar ist. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich sagen, fahren wir erstmal das Update, damit wir den neuesten Stand haben. Dazu drücken wir da drauf, gehen ganz unten zu den Einstellungen, gehen auf Firmware-Version und drücken dann auf Aktualisieren. Und nachdem das Firmware-Update durchgelaufen ist, schauen wir uns dann das Gerät in aller Frische an. Parallel hier auf dem Display, was dort passiert, da steht es auch schon, Update erfolgreich heruntergeladen. Und da sieht man auch schon Android System Update, Restarting. Und jetzt warten wir einfach mal, bis das hochgefahren ist. Jetzt steht dort, Android is starting. Wir können sehen, das Wall-Display ist schon wieder verfügbar. Allerdings in der Shelly-App noch nicht. Da wird es noch als Offline angezeigt. Ich schließe mal die App und öffne sie erneut. Nachdem ich die App geschlossen und wieder geöffnet habe, können wir sehen, dass das Wall-Display auch in der App verfügbar ist. Jetzt können wir uns mal anschauen, was dort alles enthalten ist. Auf der Oberseite haben wir hier direkt die Temperaturmessung und können das dann auch hier einschalten oder nicht. Und wenn ich einschalten drücke, dann macht es leicht klack. Und dann ist der Schalter eingeschaltet. Im zweiten Reiter haben wir die Benachrichtigung. Stand jetzt noch keine enthalten. Im dritten Reiter haben wir hier die Diagramme. Einmal für Temperatur und wenn ich weiter runter scrolle, für Luftfeuchtigkeit. Und wenn ihr dort auf diesen blauen Knopf drauf drückt, könnt ihr auch die Diagrammart verändern. Das ist bei den anderen Shelly-Geräten gleich. Ihr könnt das Ganze dann auch herunterladen in eine CSV-Datei und das dann weiter analysieren. Beim nächsten Reiter haben wir ein Aktivitätsprotokoll. Da können wir sehen, dass es dort über den Zeitstempel eingeschaltet wurde. Und wenn ich es jetzt ausschalte am Wall-Display, dann müsste auch gleich ein Zeitstempel kommen, dass es ausgeschaltet wurde. Da sehen wir es. Und ich schalte es jetzt wieder ein. Und wenn ich dann wieder da wechsle, sehen wir, dass es eingeschaltet wurde. Nur, dass ihr versteht, was dort gelockt wird. Beim nächsten Reiter haben wir die Zeitschaltuhr. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel einstellen, dass er nach so und so vielen Sekunden einschalten soll, wenn er ausgeschaltet ist oder genau andersrum. Das brauche ich jetzt in diesem Fall nicht. Aber wenn ihr diesen Anwendungsfall habt, dann könnt ihr das hier einstellen. Als nächstes haben wir einen Zeitplan. Da drückt ihr einfach Zeitplan hinzufügen. Könnt dann sagen, an welchen Wochentagen oder an welchen nicht. Drückt dann auf Weiter. Und könnt dann hier die Zeit, aber auch nach so einem Aufgang, so einem Untergang mit Versatz oder nicht, könnt es dann so einstellen, wie ihr das möchtet. Könnt dann auf Weiter drücken. Dann könnt ihr noch die Aktion hier hinzufügen, was dann passieren soll. An, aus, nur wechseln. Das ist komplett euch überlassen. Könnt es dann speichern und dann wird das hier hinterlegt. Der nächste Reiter ist die Sensoreinstellung. Dort haben wir ein Temperatur-Offset. Offset bedeutet, hier könnt ihr die Temperatur kalibrieren und dann mit dem Offset von minus 50 bis plus 50 das Ganze einstellen und dann speichern. Hier habt ihr den Schwellenwert für das Auslösen von Automatisierung, wie das sich verhalten soll. Der Wert muss zwischen 0,5 und 5 liegen. So, das ist standardmäßig bei 1. Passt so. Offset gibt es natürlich auch für die Feuchtigkeit. Könnt ihr auch hier dann kalibrieren. Und auch eine Luftfeuchtigkeitsschwelle. Dann haben wir auch eine Schwelle, ab wann das Gerät quasi den Status dunkel ausgeben soll und eine Schwelle, ab wann das Gerät Status hell ausgeben soll, damit ihr auch in den Automatisierung das Ganze besser kontrollieren könnt. Dann können wir hier Aktion hinzufügen. Können wir hier einen Aktionsnamen eingeben und können dann sagen, okay, wann die aktive Zeit davon sein soll. Und können dann sagen, okay, einschalten, ausschalten, Multitouch. Und ihr seht, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Wir machen mal Eingang ein. Und dann könnt ihr hier, wie ihr seht, URL-Aktionen machen, lokale Aktionen. Und das ist komplett euch überlassen. Nur, dass ihr versteht, was man damit machen kann. Der nächste Reiter ist die UI-Einstellung, also die grafische Oberfläche vom Wall-Display. Beim Bildschirmschoner könnt ihr festlegen, was er, wenn es aktiviert ist, einzeigen soll. Eine Uhr, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Und wenn wir das so machen, dann sehen wir auch schon, ab wann das eingestellt ist. Ich mache mal 10. Und dann probieren wir das Ganze und gucken mal, wie das dann aussieht. Und da ist es schon. Dann sieht das so aus. Und wenn ihr dann gewisse Sachen nicht haben möchtet, dann könnt ihr das auch wegmachen. Dann haben wir auch eine Bildschirmsperre. Gerade sinnvoll, wenn man Kinder hat, damit die damit nicht rumspielen. Und bei den weiteren UI-Einstellungen haben wir Favoriten, Sensor-Diagramme oder auch Fahrenheit statt Celsius. Soweit, so gut. Der nächste Reiter sind dann die Netzwerkeinstellungen mit Wi-Fi. Da seht ihr auch schon die IP. Sehr wichtig dann später für Home Assistant oder andere Systeme, womit ihr das dann steuern wollt. Hier könnt ihr das dann auslesen. Ihr habt dann noch Wi-Fi 2, ausgehendes Websocket, sollte das nötig sein. Die Cloud-Verbindung könnte ich zum Beispiel rausmachen, wenn ich das sowieso lokal über Home Assistant steuere. Dann habe ich hier Bluetooth. Bluetooth Gateway ist aktiviert. Das Standard Bluetooth gefunken nicht. Und zuallerletzt haben wir noch die MQTT-Einstellung für alle Fans von MQTT. Dann haben wir nochmal Anwendungseinstellungen. Wir können eine Pinsperre machen, den Namen synchronisieren. Aber wir können es auch zum Beispiel aus Aktivitätsprotokollen hier in der Shealy App ausschließen, wenn ihr sagt, hey, das möchte ich getrennt, getrackt haben. Dann könnt ihr das mit Familie, Freunden, Verwandten teilen. Dann können die auf das Gerät auch zugreifen. Und zu guter Letzt haben wir nochmal die weiteren Einstellungen von den Einstellungen. Zum einen den Energiesparmodus. Den können wir aktivieren. Der schadet eigentlich nicht. Ihr seht dann da unten, dass er das jetzt aktiviert. Dann haben wir hier den Gerätenamen, den wir hier verändern können. Wir haben hier den Eingabetyp. Soll es ein Taster sein oder ein Schalter? Dann können wir die Eingänge umkehren. Hier nochmal Aktion beim Einschalten. Haben wir schon vorhin gesehen, wenn ein Stromausfall ist und Strom kommt wieder. Wie es sich dann verhalten soll. Ob dann der Schalter eingehen soll. Ob der Schalter ausgehen soll oder den letzten Modus wiederherstellen soll. Dann haben wir die Firmware-Version. Haben wir eben schon gesehen. Geostandort und Zeitzone. Dort können wir mal Berlin machen. Das sieht doch schon besser aus. Dann haben wir den Geräteneustart. Das ist der harte Neustart. Das heißt, da dauert es länger. Und dann gibt es den sanften Neustart. Da wird einfach nur schnell mal durchgeladen. Dann könnt ihr nochmal Werkreset machen. Zu guter Letzt haben wir die Geräteinformationen, wo ihr dann nochmal die ID seht. Eure IP. Und wenn ihr auf die IP draufdrückt. Dann landet ihr auf der Web-Oberfläche vom Shelly Wall Display. Das heißt, da könnt ihr dann nochmal weitere Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel hier oben links. Und habt dann hier auch nochmal die ganzen Settings. Und könnt euch da richtig, richtig austoben. Das wollte ich euch hier auch nochmal mitgegeben haben. Somit wären wir mit den Einstellungen durch. Und hätten das Ganze gesehen. Jetzt haben wir dieses Gerät in der Shelly Hub eingerichtet. Und haben uns das angeschaut. Und so weit, so gut. Stand jetzt ein tolles Gerät. Jetzt wäre es doch an der Zeit, das auch als Thermostat zu nutzen. Ah ja, da gibt es ein Problemchen. Und zwar die Entwicklung des internen Thermostaten ist noch nicht abgeschlossen. Ich blende euch mal hier das aus der Shelly Homepage ein. Da steht auch Coming Soon. Das heißt, 1, 2, 3 Updates, dann funktioniert das auch. Aber es gäbe nicht dieses Video, wenn ich dafür nicht auch ein Workaround für euch parat hätte. Das heißt, in den nachfolgenden Minuten werdet ihr sehen, wie ihr mit einem virtuellen Thermostaten das Teil trotzdem als Thermostat nutzen könnt. Und somit immer noch eure Heizung triggern könnt. In meinem Fall eine Fußbodenheizung, wo dann der Stöllenmotor hochfährt. Damit dann der Heizkreislauf sich dann bewegt. Deshalb würde ich sagen, genug gequatscht. Los geht's. Kommen wir nun zur Thematik Thermostat und Walldisplay. Ich zeige euch, wie ihr euch ein Thermostat einrichten könnt. Quasi als Workaround. Und das ist ein virtuelles Thermostat. Dazu gehen wir in den Raum, wo unser Walldisplay ist als Beispiel. Und dann sehen wir rechts oben Thermostate. Ihr seht, ich habe bereits ein Thermostat eingerichtet, hier zum Testen, damit ich euch das zeigen kann. Jetzt erstellen wir gemeinsam ein Thermostat. Dafür drücken wir auf das Plus. Jetzt geben wir dazu einen Namen. Ich nenne es Test 2. Wir nehmen Raum, wieder Büro und drücken dann auf Weiter. Nun fragt ihr, was für ein Thermostattyp das sein soll. Heizen oder kühlen? Ich nehme heizen, aber ihr könntet auch kühlen nehmen. Jetzt fragt ihr, eure Stellmotoren, sind diese normal geschlossen oder normal geöffnet? Und meine sind normal geschlossen. Das bedeutet, wenn sie keinen Strom bekommen, machen sie zu. Und wann bekommen sie Strom? Zum Beispiel, wenn ich die Solltemperatur hochstelle. Wenn mein Raum 19 Grad ist, ich möchte, dass es 23 Grad wird. Dann bekommen die Strom, den Impuls und dann machen sie auf. Damit der Raum warm wird. Als Temperatureinheit nehme ich Celsius, drücke dann auf Weiter. Jetzt kommen wir zum nächsten Bildschirm und er fragt, welchem Gerät soll ich ein virtuelles Thermostat hinzufügen? Wir gehen dazu ins Büro und wählen unser Wall-Display aus. Und dann drücken wir auf Weiter. Jetzt fragt er, hey, welchen Sensor soll ich nehmen, um die Temperatur des Raumes zu verstehen? Um zu verstehen, okay, wie viel muss ich heizen oder nicht? Und ihr seht, ich habe dort mehrere Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel könnte ich aus der Garage den Temperatursensor nehmen, von unserem Garagen-Video. Ich nehme aber aus der Küche unser Shelly plus H&T. Ihr seht, ein Shelly Door Window würde auch gehen. Aber das H&T kann ich einfach viel besser durch die Gegend transportieren und kann es dann einfach in mein Büro aufstellen. Dann drücke ich auf Weiter. Jetzt fragt er, welche Basistemperatur möchte ich haben. Ich möchte es kuschelige 23 Grad. Und ich kann auch ein Temperaturintervall hinzufügen. Hier könnt ihr nochmal spezifizieren, zu welchem Zeitpunkt das laufen soll, an welchen Tagen das laufen soll und so weiter. Ich lasse aber das Intervall so, dass es einfach 24 Stunden am Tag laufen soll und drücke dann auf Speichern. Jetzt habe ich hier mein Thermostat, hier Test 2 und kann dann, wenn ich da drauf drücke, auf das Symbol links, dann hier zum Beispiel die Temperatur ändern. Und ich mache das jetzt am Thermostat 1, also bei Test, weil dort ist es derzeit zugeordnet. Und dann seht ihr auch, ihr habt hier so einen Kreisel. Ich habe jetzt auch beim Wall-Display so ein Klicken gehört. Also das Relais hat geschaltet und dann hat es jetzt wieder geklickt. Weiß ich, okay, er hat jetzt was gemacht, hat den Impuls weitergegeben. Und so habt ihr für euch jetzt einen virtuellen Thermostaten. Wie gesagt, das ist nicht der native Thermostat des Wall-Displays, der kommt ja bald. Was bedeutet, wenn der native kommt, dann muss ich das hier nicht virtuell hier einstellen, sondern wenn ich in die Einstellung des Wall-Displays gehe, dann kann ich dort die Thermostat-Funktion einfach aktivieren und definieren. So wie wir es jetzt separat gemacht haben, kann ich es dann im Wall-Display intern machen. Das Wall-Display selbst hat ja auch einen Temperatursensor, der hier Temperatur messen kann. Das heißt, ich brauche dann zum Beispiel das Shelly H&T nicht. Es hat auch einen Feuchtigkeitssensor. Das heißt, alle Komponenten, um als Thermostat fungieren zu können, sind enthalten. Nur die Entwicklungsarbeit ist dahingehend noch nicht abgeschlossen. Wenn ihr den Thermostaten nun zum Wall-Display hinzugefügt habt, dann könnt ihr hier oben einfach draufdrücken und seht dann hier diese gleiche Anzeige. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, dann habt ihr eben einen Klick gehört, weil es ist im Raum jetzt warm genug und deshalb macht ihr jetzt die Stellantriebe aus, beziehungsweise die werden jetzt normal geschlossen, die bekommen keinen Strom. Ihr habt gesehen, das ist auch eben wieder zurückgegangen. Das ist wunderbar. Jetzt gehe ich da nochmal drauf und wenn ich sage, nee, 21 cm wird zu kalt, ich möchte 35 cm. Ihr habt wieder einen Klick gehört. Jetzt heizt er bis auf 35 Grad, sofern das natürlich in der Heizung und so weiter alles so möglich ist. Und er geht dann wieder zurück hier zur Einstellung. So funktioniert die Thermostat-Funktion, in unserem Fall mit dem virtuellen Thermostat, aber zukünftig dann mit dem integrierten Thermostat. Jetzt können wir auch Automatisierung, bei Shelly 10 genannt, mit diesem Wall-Display machen, beziehungsweise mit den Sensoren, die im Wall-Display integriert sind. Wir legen jetzt einfach mal eine an mit dem Look-Sensor, dass dann der Rollladen runterfahren soll. Dazu gehen wir oben auf Szenen und drücken dann auf das Plus. Jetzt geben wir hier einfach einen Namen dazu ein und dann könnt ihr entweder selber ein Bild hochladen oder irgendeins dort auswählen. Drückt dann bitte auf Weiter. Nun, wo diese Szene in der Shelly-App abgelegt werden soll, ich möchte, dass diese im Büro abgelegt werden soll, dann drücke ich auf Weiter. Nun füge ich eine Bedingung hinzu und nehme ich hier Geräte basiert, kann aber auch Zeit basiert oder auch von einer anderen Automatisierung das wählen. Dann scrolle ich runter. Bei Gerät auswählen nehme ich im Büro Wall-Display-Büro. Jetzt habe ich hier verschiedene Geräte-Eigenschaften. Ich nehme die Lichtstärke und bei Lichtstärke kann ich nehmen, wenn es dunkel ist, wenn es dämmerig ist, wenn es hell ist. Ihr wisst, bei den Einstellungen, die wir vorhin gemacht hatten, war hell ab 300 Lux. Das heißt, wenn ihr dort zum Beispiel ab 500 macht, dann wird die Szene hier erst auslösen, wenn die 500 Lux erreicht sind. Das heißt, somit könnt ihr ein bisschen spielen. Und ich drücke, wenn es hell ist und Trigger reicht mir, einmal reicht mir, dann drücke ich auf Speichern. Eine weitere Bedingung möchte ich nicht hinzufügen, drücke dann auf Weiter. Jetzt, was soll er machen? Drücke ich auf Aktion hinzufügen. Ich nehme wieder eine Geräte-Aktion, nehme wieder aus dem Büro, nehme als Gerät mein Rollladen-Büro und ich kann jetzt hier entweder den Zustand ändern oder auch die Position einstellen und ich möchte einfach, dass er schließt. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel nur 50% verschatten, dann würdet ihr bei Position einstellen und dann hier einfach auswählen, welche Position er anfahren soll. Ich möchte aber, dass er komplett schließt, weil ich möchte nicht, dass es zu warm wird und drücke dann auf Speichern. Somit wäre auch das Machen hinzugefügt. Ich könnte auch andere Sachen machen, zum Beispiel, weil die Rollladen runterfährt, wird sie im Raum dunkel, also könnte ich das Licht auch einschalten lassen. Würde absolut Sinn machen. Ich habe aber in meinem Büro noch nicht ein Shelly hinter den Taster gemacht. Ich habe hier eine Shelly-Glühbirne unten und ich tue so, als wäre die im Büro und drücke auf Aktion hinzufügen, nehme Geräte-Aktion und das ist bei mir im Wohnzimmer. Nehme als Gerät hier die Stehleuchte, nehme bei Zustand ändern, einschalten Shelly-Gerät, kann hier natürlich auch Feinheiten machen, weil es eine Shelly-RGBW-Glühbirne ist, aber das ist jetzt für mich nicht relevant. Einfach nur einschalten reicht mir, dann drücke ich auf Speichern und jetzt werden beide Sachen gemacht, wenn die Lichtstärke erreicht wurde. Dann drücke ich auf Weiter, wann das Ganze hier stattfinden soll. Beim Bleistift könnt ihr das spezifizieren, ich möchte das aber nicht spezifizieren, das ist gut, das kann gerne jederzeit aktiv bleiben, diese Automatisierung. Dann drücke ich auf Weiter und jetzt kann ich das Ganze hier nochmal spezifizieren, drücke auf Speichern und das ist jetzt somit eingerichtet. Und wenn es jetzt zu hell wird, dann passiert genau das. Wenn ihr auf das Play-Button drückt, dann könnt ihr die Automatisierung testen, ob tatsächlich die Glühbirnen angeht, ob tatsächlich der Rolladen runterfährt und über das An-Aus-Symbol könnt ihr diese Automatisierung einschalten oder auch ausschalten. Somit hätten wir auch das gemacht und ihr habt das gesehen und ich würde sagen, jetzt haben wir uns wirklich genug damit beschäftigt, also machen wir mal weiter außerhalb der Shelly-App. Nachdem wir nun das Shelly-Wall-Display in Betrieb genommen haben und auch die Einstellung hier vorgenommen haben, habe ich für euch auf der Oberfläche mal ein paar Sachen hinzugefügt, damit ihr so ein Look and Feel bekommt. Aus dem Unboxing ging es eben nicht so gut hervor, ich wollte euch aber sagen, die Oberfläche hier, dieses Glas, das ist enorm hochwertig. Also es fühlt sich sehr gut an, ist kein billiges Glas oder so und wie ihr seht, das Ganze reagiert auch sehr schnell. Zu den jeweiligen Fenstern kommen wir gleich noch, habt noch einen Moment Geduld. Und hiermit könnt ihr den internen Switch schalten, nicht zu wechseln mit dem Output, damit können wir den Stellantrieb von unserem Thermostat schalten. Wir haben hier einmal Wohnzimmer, ist ja bei mir auch eine Shelly und die Kochleuchte ist auch eine Shelly. Spannend, eine ist erreichbar und funktioniert, zeigt dann auch hier die Helligkeit an und auch hier die Wattanzahl, alles gut. Die Kochleuchte allerdings nicht. Und warum? Der Unterschied ist, zumindest derzeit können Shelly-Geräte, die nicht in der Cloud sind, hier nicht bedient werden. Das mag sich mit einem zukünftigen Update ändern, aber derzeit ist das nicht möglich. Das habe ich für euch in die Cloud hinzugefügt, obwohl ich das hier wegen Home Assistant nicht brauche und das ist außerhalb der Cloud, also Cloud Disabled. Nur, dass ihr das versteht und mitbekommt. Und wenn ihr hier das Layout wieder verändern möchtet, weil ihr sagt, hey, ich habe keine Lust da drauf, dann könnt ihr einfach hier das oben runterziehen, auf das Bleistift, Mülleimer, dann ist das wieder raus und könnt dann hier zum Beispiel ganz einfach etwas Neues zuweisen. Und habt das dann auch hier, drückt erledigt, that's it. Wenn wir jetzt hier zu den Einstellungen nochmal zurückgehen, dann haben wir hier Layout bearbeiten. Da könnt ihr hier verschiedene Layouts von dem Hauptbildschirm vornehmen und wenn ich mal dieses hier nehme und speichere, so, das braucht jetzt einen Augenblick, jetzt hat sich das Layout hier verändert. Das ist dahingehend spannend, dass ich einfach hier mehrere Sachen auf ein Display schnell schalten kann. Das ist eurem Geschmack, hier überlassen, wie ihr das gerne hättet, aber ihr habt ja auch die Möglichkeit, das Layout nur mit einem Schalter zu machen, ihr habt ja eben gesehen, welche Möglichkeiten einem das Layout bietet. Dann drücke ich hier auf ein Plus, nehme dann einfach hier etwas, solche hier rollladen und that's it. Nachdem ich jetzt für euch die Rollläden hier hinzugefügt habe, sehen wir, die beiden sind wieder nicht erreichbar, das vom Büro schon, weil das ist in der Cloud. Hier habt ihr nochmal die Gewissheit, wie das derzeit funktioniert, wie gesagt, mag es sich ändern. Wenn ich jetzt nach links gehe, komme ich zu den Favoriten, das kann man übrigens deaktivieren, ist euch überlassen, in den Einstellungen eben. Und dann habe ich hier auch verschiedene Sachen, ich habe hier Geräte, hier schön sichtbar an diesen kleinen Gerätezeichen und ich habe hier Gruppen und ich habe hier Szenen. Die kann ich hier alles mit bedienen und hier kann ich auch scrollen, kann auch auf ein Plus drücken, kann dann sagen, okay, was möchte ich hier hinzufügen und kann dann alles Mögliche hier zuweisen und dann wird das hier einem hinzugefügt. Ihr seht, ich habe auch das Garagentor und so weiter hinzugefügt, da geht einfach vieles und die Liste wird dann einfach länger. Das sind die Favoriten. Wenn wir jetzt nach rechts vom Hauptbildschirm scrollen, ihr seht unten anhand der Punkte, was alles Mögliche ist auf diesem Bildschirm, dann habe ich alle Geräte, die in der Shelly App dem Büro zugeordnet sind. Ich glaube, das Shelly Plus Podcast macht gerade ein Update, deshalb ist es offline. Roland kann ich jetzt hier bedienen. Ihr hört das jetzt vielleicht im Hintergrund, der fährt jetzt hier runter, dann kann ich ihn stoppen und kann ihn dann wieder auch nach oben schicken. So weit, so einfach. Wenn ich jetzt weiter gehe, habe ich alle Szenen, die in der Shelly App diesem Raum, dem Büro zugeordnet sind und da habe ich einfach mal für euch zwei Stück hinzugefügt. Den einen haben wir eben gebastelt. Das kann ich dann auch hier deaktivieren, aktivieren oder auch hier einfach mal testhalber starten. Und wenn wir noch eins nach rechts gehen, haben wir die Gruppen, die in der Shelly App dem Büro bzw. diesem Raum hier zugefügt sind und die werden dann auch hier gestapelt anhand dieser Liste. Und so ist das Look & Feel und ich habe hier einen Zollstock dran gehalten, das sind circa 13-14mm, welches hier dieses Display rausragt. Nur für euch zur Info, wenn ihr das mal irgendwo installieren wolltet, also es ist gar nicht mal so viel. Und ich habe auch hier meinen MCO Home MH7 dran gehalten, das ist mehr oder weniger gleich groß. Also für mich hat sich da jetzt hier von diesem Formfaktor aus nichts verändert. Dieses hier ist sogar ein Tick schmaler. Das zum Look & Feel, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter. Jetzt haben wir uns das in der Shelly App angeschaut, auch eine Automatisierung gebaut, alles schön und gut. Jetzt wird es Zeit, das Ganze auch in Home Assistant anzuschauen und dort kann ich sagen, da gibt es ein bisschen Ernüchterung, weil das Gerät noch so neu ist, gibt es noch nicht so viel damit anzufangen. Und was ihr damit anfangen könnt oder wie ihr damit was anfangen könnt, das seht ihr jetzt. Im Home Assistant angekommen, erwartet uns in der Regel eine Benachrichtigung, wo dann steht, dass ein neues Gerät entdeckt wurde und dann sehen wir auch schon hier das Shelly Wall Display. Solltet ihr das nicht erhalten, dann geht ihr einfach zur Einstellung, Gerät und Dienste, unten rechts auf Integration hinzufügen und gebt dann hier mal bitte Shelly ein. Dann kommt erscheint nicht dieses Fenster, sondern ein anderes, wo ihr dann hier eure IP Adresse eintragen könnt. Und wie ihr die IP Adresse findet, das habe ich euch im Video vorher gezeigt. Dann tragt ihr das hier ein und ihr bekommt dann folgende Meldung und zwar diese hier. Erfolg, das Shelly Wall Display wurde eingerichtet. Ich klatsche das jetzt in mein Büro und drücke dann auf Fertig. Nun gehen wir mal runter zu den Shelly Geräten und wenn wir weiter runter scrollen, haben wir hier das Shelly Wall Display. Wunderbar. Bevor wir hier reinspringen, schauen wir uns erstmal den Knopf konfigurieren hier auf der rechten Seite an. Wir können sehen, dass es hier so einen Bluetooth Scanner Modus gibt. Das ist gerade in Home Assistant sehr spannend, weil ich kann damit meine BT Home und allgemein Bluetooth Reichweite hier in Home Assistant erweitern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Xiaomi Pflanzensensor habe, dann kann ich hier über Passiv die Reichweite von diesem Gerät erweitern. Ich empfehle euch deshalb Passiv, denn wenn ihr aktiv nehmt, dann fragt hier das Shelly Wall Display aktiv permanent nach Daten und das reduziert die Batterielaufzeit der Bluetooth Batteriegeräte enorm. Deshalb macht es einfach auf Passiv, sodass wenn das Bluetooth Gerät selber Daten absenden möchte, dann hilft Ihnen in dem Fall das Shelly Wall Display, sein Ziel noch besser zu erreichen, weil eine bessere Verbindung da ist. Ihr könnt das Ganze auch deaktivieren, aber ich lasse es auf Passiv. Dann einfach absenden. Da ich nicht möchte, dass das Teil Shelly Wall Display heißt, drücken wir hier auf die drei Punkte, drücken auf Unbenennen und nennen es Wall Display Büro. Und dann einfach OK. Jetzt gehen wir in das Gerät rein und schauen uns das mal an. Und ich hatte das natürlich schon vorher eingerichtet, einfach um damit zu schauen, was möglich ist. Deshalb orientiert euch hier nicht am Logbuch, da kommen wir gleich dazu. Auf der linken Seite haben wir hier die Gerätinformation. Wir können hier die Firmware sehen, die Hardware-Generation. Und wenn wir jetzt hier auf Besuchen drauf drücken, dann landen wir auf der Web-Oberfläche vom Shelly Wall Display. Die gleiche Web-Oberfläche haben wir auch erhalten, als wir in der Shelly App auf die IP-Adresse drauf gedrückt haben. Das ist genau die gleiche Web-Oberfläche und hier könnt ihr weitere Einstellungen vornehmen. Für euch zur Info. Hier unten bei Automatisierung, Szenen und Skripte werden die Automatisierung, Szenen und Skripte aufgelistet, die ihr für dieses Gerät bereits erstellt habt. Ich habe noch keine, deshalb ist hier auch nichts aufgelistet. Bei Steuerelemente haben wir hier den Knopf vom Shelly Wall Display, so weit, so gut. Das kann ich hier schalten oder auch nicht, vielleicht habt ihr eben das Klack gehört. Dann haben wir hier die Sensoren. Wir haben einmal den Feuchtesensor, den Helligkeitssensor, den Temperatursensor und den Input. Wenn ihr zum Beispiel den Input euch anzeigen lassen möchtet, drückt ihr da drauf, dann auf das Zahnrad und hier auf Aktivieren, dann Aktualisieren und nach circa 30 Sekunden steht dieser zur Verfügung. Wenn ihr weiter runter scrollen, haben wir den Bereich der Konfiguration. Hier wird angezeigt, ob eine neue Firmware-Version zur Verfügung steht oder nicht. Hier könnt ihr es neu starten und hier ist der Hinweis, wenn ihr am Beta-Programm teilnehmt, ob ein neues Beta-Update zur Verfügung steht oder nicht. Weiter unten haben wir Diagnose. Da können wir schauen, ob eine Cloud-Verbindung besteht oder nicht, die WLAN-Empfangsqualität und wie lange das Teil schon läuft. Auf der rechten Seite haben wir hier das Logbuch. Da könnt ihr ganz einfach durchscrollen und seht, was mit dem Gerät WLAN passiert ist. Und ihr seht mittlerweile, Input ist auch schon verfügbar. Wunderbar. Nachdem wir das gemacht hätten und uns das alles angeschaut haben, dann ändern wir hier auch nochmal den Namen. Hier oben rechts auf das Stift drücken. Und das nenne ich auch. Wall Display Büro. Und drücke auf Aktualisieren. Ihr seht hier, der Sensorname hat sich auch verändert. Jetzt weiß ich ganz genau, dieser Knopf heißt Wall Display Büro-Knopf. Nur als Beispiel. Ihr habt jetzt hier vielleicht gesehen, hey, das ist doch ein Wall Display. Das kann doch auch als Thermostat fungieren. Ja, es wird zukünftig als Thermostat fungieren. In der Shelly-App haben wir uns ein Workaround gebaut. Aber in Home Assistant können wir auf diesen virtuellen Workaround Thermostat nicht zugreifen. Weil das ja ein eigenes Gerät in sich ist. Und dieses Gerät wird in Home Assistant nicht zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass ich jetzt mit diesem Gerät in Home Assistant keine Thermostat Funktion habe. Aber nicht versagen, locker bleiben. Mit zukünftigen Updates bin ich mir ganz sicher, sobald das Thermostat Modul selber von Shelly zu Ende entwickelt wurde. Das Gerät ist ja relativ früh auf dem Markt und deshalb die Thermostat Funktion steht ja intern noch nicht zur Verfügung. Doch sobald dieses Update kommt, wird es dann in Home Assistant auch ein Update geben. Und dann habt ihr hier auch ein Thermostat und könnt dann auch hier mit dem Thermostat einspielen. Nur für euch zur Info. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal über und bauen uns mit den Sensoren, die wir derzeit haben, eine Automatisierung. Dazu gehen wir zu den Einstellungen, zur Automatisierung und Szenen und drücken dann unten rechts auf Automatisierung erstellen. Wir beginnen mit einer neuen Automatisierung. Und als Auslöser nehmen wir hier unser Gerät. Das Gerät ist unser Wall Display. Im Gegensatz zur Shelly App kann ich hier mit dem Helligkeitssensor ganz andere Sachen fahren. Denn hier geht es darum, um die Helligkeitsänderung. Bei der Shelly App ist es so definiert, wann es hell, dämmerig und dunkel ist. Aber hier habe ich tatsächlich harte Werte. Und hier kann ich sagen, wenn es über 500 Lux ist, dann kann ich hier sagen Gerät. Dann nehmen wir Rollladen vom Büro und können dann hier schließen. Das wäre jetzt eine ähnliche Automatisierung wie aus der Shelly App. Nur dass wir bei der Shelly App hell, dämmerig und dunkel genommen haben. Hier aber tatsächlich harte Werte in Lux für euch zur Info. Und dann speichern wir das Ganze und können sagen und nennen es Büro Lux Rollladen. Und dann habt ihr das. Und so einfach geht das. So einfach haben wir eine Automatisierung. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte ist, ich hatte ja vorher im Büro den MC Home. Und um das jetzt hier einzubauen, das Wall Display, weil das MC Home habe ich jetzt ausgebaut für dieses Video. Dann kann ich auch gleich die Sensoren hier ersetzen, damit ich auf einen Blick sehe, wie es in dem Raum aussieht, wenn ich da reinkomme. Gehe ich auf die drei Punkte oben rechts. Dashboard bearbeiten. Dann nehme ich hier bearbeiten. Und kann das dann hier rausnehmen. Und nehme dann hier von Büro Wall Display Büro Temperature. Und das gleiche machen wir auch hier für Feuchtigkeit. Und haben dann hier Sensor Wall Display Büro Humidity. So, und dann sieht das so aus. Und wenn ich in den Raum reinkomme, dann sehe ich das sofort. Und wenn ihr selber so eine Statistikkarte erstellen möchtet, dass ihr auch seht, okay, wie verhält sich das Ganze im Verlauf des Tages. Geht ihr oben rechts auf die drei Punkte. Dashboard bearbeiten. Dann Karte hinzufügen. Nehmt dann hier weiter unten die Sensorkarte hier diese. Wir nehmen mal hier Büro Wall Display. Und dann seht ihr, bekommt man das sofort. Ihr könnt dann auch noch einen anderen Namen geben. Die Einheit ändern. Eine detailliertere Ansicht oder nicht. Den Diagrammtyp oder nicht. Ist absolut euch überlassen. Und als Name kann ich hier Büro eingeben. Perfekt. Speichern. Und dann haben wir das auch hier. Und auf der Übersicht habe ich es da noch nicht gemacht. Da gehe ich auch auf die drei Punkte oben rechts. Dashboard bearbeiten. Gehe dann hier auf bearbeiten. Das ist bei mir der vierte Stapel in der Mitte. Und dort tausche ich einfach den Sensor aus. Und das ist der dritte hier. Und dann drücke ich auf speichern. Und dann habe ich das hier. Wunderbar. Dann habe ich hier auf der Oberfläche das direkt. Wenn ich zum Beispiel mein Handy benutze, ist das ja direkt ganz oben. Dann habe ich hier die Übersicht und kann in die Räume springen. Oder auch hier die anderen Sachen. Und wenn ihr diese Übersicht haben wollt, oben rechts. Da habt ihr ein Video, wie ihr das Ganze auch bauen könnt. Und die Powerflow Card oder das mit dem Auto oder Rasenmäher oder Roboterkarte. Findet ihr alles auf dem Kanal. Sucht einfach und dann habt ihr das auch. Somit wären wir hier durch. Ich würde sagen, wir gehen rüber ins Outro und hören uns mal das Fazit an. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Ihr seid im Outro angelangt. Kommen wir zum Fazit. Also, warum habe ich im Intro gesagt, dass dieses Gerät ein Game Changer ist in der Haus-Elektronik und deren Design und deren Architektur. Ganz einfach. Ich blende das euch mal ein. Ein normaler Raum hat ein Lichtschalter, zwei Lichtschalter, drei Lichtschalter, einen Rollladenschalter und vielleicht noch eine Steckdose. Also eine Vier- oder eine Fünfer-Kombi. Manche auch nur eine Dreierkombi. Aber oben drüber ist auch ein Thermostat. Das heißt, da ist noch mal ein zusätzliches Gerät. Und in meinem Fall habe ich auf der anderen Seite sogar fünf Rollladenschalter. Es ging halt nicht anders. Ja, irgendwie musste man das lösen und das war die beste Lösung, die uns damals eingefallen ist. Ihr könnt ja bessere Lösungen in die Kommentare schreiben. Mit diesem Gerät hier brauche ich das alles so in dieser Art und Weise nicht. Ich kann alle Rollladenschalter dort reinpacken. Ich kann sie gruppieren, dann gehen sie auch automatisch auf, automatisch runter. Sie gehen morgens auf, Sonnenaufgang zu. Kein Problem. Das heißt, diese fünf Schalter dort fallen weg. Wenn ich reinkomme, um das Licht anzumachen, kann ich das auch damit. Einmal auf das Display, Licht ist an. Ich kann auch zwei Lichter gleichzeitig anmachen. Nur als Beispiel. Und ich kann damit auch Automatisierung einrichten. Ich kann damit Szenen einrichten. Alles ist damit möglich. Alle meine Shelly-Geräte kann ich damit schalten. Und natürlich, wenn ich Home Assistant habe, geht zwar derzeit noch nicht viel, aber da wird noch viel kommen. Derzeit ist es eher dafür gedacht, den einen integrierten Schalter zu schalten und mit den Sensoren Sachen zu bauen. So weit, so gut. Das Teil ist aber auch Home Assistant technisch noch ganz am Anfang und müsste auch noch durch den einen oder anderen Entwickler erstmal aufgebaut werden, damit dort mehr möglich ist. Wartet dort einfach zwei, drei Updates ab. Von Home Assistant monatlich kommt ja eins. Da kommt dann sicher auch ein Update, wo dann das Shelly-Wall-Display noch weitere Funktionen in Home Assistant hinzubekommt. Denn, wo Licht ist, ist auch viel Schatten. Ich habe euch ja bereits gesagt, dass das integrierte Thermostat noch nicht funktioniert. Wir haben ein Workaround mit den virtuellen Thermostaten. In Home Assistant geht gar kein Thermostat. Stand jetzt, wo ich hier dieses Fazit einspreche. So, das zu den negativen Sachen. Und jetzt sagt der ein oder andere, ja, das Teil ist doch sicher voll teuer und so weiter, bla bla bla. Naja Leute, der Preis ist relativ. Das, was man bekommt, ist enorm viel. Und wenn ich das zum Beispiel mit einem KNX MDT vergleiche, das ja ähnliche Funktionalitäten hat, dann ist dieses Teil einfach auf dem gleichen Level. Nur für euch zur Info, wenn ihr euch fragt, hey, wie sieht es denn links oder rechts aus? Ein Home Assistant Wall Display, Leute, damit will ich gar nicht anfangen, das ist doppelt so teuer. Nur als Beispiel, ja, der Sonoff ist vielleicht 1, 2 Euro günstiger, vielleicht auch nicht, hat die Preise nicht im Kopf. Aber naja, es gibt ja auch einen Dacia, es gibt auch einen Volkswagen und es gibt Mercedes. Naja, irgendwo versuchen sich die Hersteller auch mit dem Preis ein bisschen abzugrenzen. Das für euch einfach nur, um das euch mitzugeben. Wenn euch dieses Video geholfen hat, das Ganze besser zu verstehen, ein Gefühl zu bekommen, was dieses Teil zukünftig in der Haus-Design-Elektronik anrichten wird und wie Haushäuser zukünftig aufgebaut werden, dann ein Like für mich, für den Algorithmus, ist eine absolute Ehrensache. Dankeschön schon mal. Wenn jemand anderes sich dieses Gerät unbedingt anschauen sollte, damit er seine Haus-Elektronik auf den neuesten Stand einrichtet und nicht mehr solche Serienschalter hat, so wie bei mir oder bei anderen, dann teilt doch das Video einfach mit ihm. Ich denke, er wird euch sehr dankbar sein für diesen Tipp. Und wenn ihr euch mit mir austauschen wollt, weil ihr einfach einer anderen Meinung seid, weil das Gerät vielleicht doch nicht so toll ist oder ihr habt andere Anwendungsmöglichkeiten dafür, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich antworte euch immer. Und dann schauen wir mal, wohin die Diskussion führt. Ansonsten, ich bedanke mich ganz herzlich für's Schauen und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.